Oh, das war meine... Bin ich fremdgegangen? Aber da hält ich den doch jetzt nicht dabei. Oh, das mag er gar nicht. I, ba... Ich hab den ange... Oh, oh, oh mein Gott! Oh mein Gott, der beobachtet uns aber, ne? Oh mein Gott. Komm, Kadetten, zu einem neuen Video. Und heute werde ich euch beibringen, wie ihr ein richtiger Mann werdet. Und die Frauen unter uns dürfen zuschauen, ob ich das alles richtig erkläre. Denn wir spielen heute... Bierman! Tu das Richtige! Und ich hab wieder die Community mitgebracht. Da ich wieder enorme Kopfschmerzen habe, weil ich überrannt werde und die Community mir nicht zuhört ohne, gibt es heute wieder Krossos. Heute mit unverschämt viel Butter und Marzipan. Bierman, tu das Richtige, auf geht's! In der modernen Welt ist es schwer, ein Mann zu sein. Die richtige Entscheidung zu treffen, ist oft nicht nur schwierig, sondern gerade zu verwirrend. Warum liegt dein rotes Tuch auf dem Boden? Ist das jetzt wirklich ein Game, das euch jungen Jungs und Männern anweisen soll, wie man sich richtig verhält? Du kannst etwas antippen. Du kannst etwas antippen und halten. Du kannst wischen. Du kannst etwas ziehen und ablegen. Du kannst auf den Lautsprecher hören. Du kannst ins Mikro sprechen. Der Kavalier. Okay, los geht's, würde ich sagen. Spiel. Was ist ihr Problem? Ach, ich soll ihr den Stuhl vorrücken, oder wie? Oh, Madame, ey. Los, setz dich hin! Oh, scheiße, was muss ich machen? Was habe ich denn jetzt verkackt? Hier, ein Tipp. Nein, ich brauche den Tipp nicht, ich schaffe das auch so. Was war denn das fucking Problem? Du bist nicht der Mann. Boah, warum? Ich will nochmal. Ich habe die erste Stufe 1 schon verkackt. Okay, was auch immer. Ich schiebe den Tisch. Was ist da unterm Tisch? Äh. Oh nein, das ist voll schwer. Verdammte Kacke. Nein, ich bin so ein schlechter Mann. Oh. Oh Gott, ich bin der Mann. Ja. Ja. Das reicht, um die in die Kiste zu kriegen. Das hat aber nicht viele Ansprüche, oder? Küssen im Taxi. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der beobachtet uns aber, ne? Oh mein Gott. Ih, nein, der beobachtet uns. Kannst du bitte aufhören, uns zu beobachten? Ich habe die Straße zu konzentrieren, verdammt. Oh mein Gott. Kannst du bitte nochmal die Spur wechseln? Jetzt. Nein, der sieht's. Ja. Oh, wir haben es fast gemacht. Ich verstehe euch, Männer. Ihr habt es wirklich nicht leicht. So, jetzt kann ich sie grüßen. Komm, 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 komm. Oh ja. Oh nein, der hat es gesehen. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Yeah, Mann. Ja. Der Spaziergang. Oh mein Gott, was ist denn das für eine weile Scheiße? Ach so, weil ich zu schnell nach vorne gelaufen bin. Hey, wer kennt's nicht, du hast ein Date und das Date rennt einfach. Entweder gibt's Menschen, die laufen mega schnell oder mega langsam. Was bin ich, mit was für einem Typen geht ihr überhaupt aus, Mann? Was habe ich denn für eine Maske an? Bin ich irgendwie so ein... Ich muss jetzt irgendwie... Ach, ich muss jetzt langsamer laufen. Auf ihrer Höhe oder was? Ist das, wenn ich zu weit nach hinten laufe? Ist das dumm? Oh mein Gott, was ist das für ein dummes Geil? Vor allem habe ich nur Socken an? Naja, whatever. Nett, dass sie mit mir überhaupt ausgeht, obwohl ich so eine Maske an habe. Oh Gott, hab ich es geschafft? Ja, Mann, ich bin der Mann. Neues Level freigeschaltet. Die Fahrt nach Hause. Oh Gott. Ähm, ich glaube, ich muss alles abnehmen. Ja, geht doch. Guck mal. Guck mal. Aber so soll es eigentlich auch nicht sein, ja. Scheiße. Ich glaube, ab dem Moment, wo sie nett guckt, es soll so ein bisschen... Ich glaube, ich nehme ihr mal die ab. Ja, ich glaube, das passt, oder? Ja, Mann, I'm the man. Ich weiß, was Frauen wollen. Die widerspenstige Frisur. Ich hab ein Date. Ups, das wollte ich nicht. Kann ich mein... Popo. Ich wollte mein... Hintern. Kämmen. Ah. Hm. Oh. Ich hab ein Date, Mann. Ich hab ein Date. Ah. Ups. Gar nicht einfach. Was soll ich denn wissen, was der will? Was muss ich denn rasieren? Der hat doch gar nichts zu rasieren. Geht das nicht auf? Ah, Gel. So. Ah. Yes. Huch. Die Verlobung. Du brauchst den Ehring am Mittelfinger, dass du immer so machen kannst. Ich bin verheiratet. Ja, Mann, dann halt an den Daumen wie so ein Gangster-Rapper. Oh. Yes. Die Begegnung. Was? Hä? Ich check's nicht. Oh. Ich guck jetzt die Frau an. Oh. Das ist... Oh. Das war meine... Bin ich fremdgegangen? Aber da helf ich denen doch jetzt nicht dabei. Äh. Was? Was? Hier hinten war doch was. Was muss ich da machen? Was muss ich da machen? Ich kann nichts machen. Ah, der Hund. Ah. Sehr gut. Da ist ein Hund. Scheiße, da ist ein Hund. Scheiße. Dahin. Ja. Geht dahin. Sehr gut. Ja. Ja. Sehr gut. Weg von der. Ja, Mann. Hahaha. Hahaha. Ach, Scheiße. Ich werde überfallen. Okay. In die Bar. In die Bar. Yes. Oh, yeah. Sehr gut. Oh, das ist einfach makaber, ne? Oh, mein Gott. Wie lange kann ich sie knutschen? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Sie wird's merken. Sie wird's merken. Nein. Sie hat's gemerkt, Leute. Eine Ewigkeit später. Oh, mein Gott. Ich kann echt gehen. Oh, nein. Ah. Wie einfach. Der Kavalier 2. Oh, nein. Tür aufhalten. Ah. Ja. Geh durch. Oh. Ich bin ein richtiger Mann. Bombenentschärfung. Ach, du. Ach, jemene. Bombenmenü. Ja, der rote. Ja, klick, klick. Ja, mach doch. Mach doch. Oh, mein Gott. Mach das nicht. Ach, musst rot einsprechen. Blau. Ach, witzig. Hä? F***. Ah. Sorry, das muss so sein. So. Nein. 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 Äh. Red. Yes. Ja, Mann. Danke, Leute. I'm a man. Man. Ah, am Urinal. Oh, ich muss strulat. No. So, pinkel. Oh, das mag er gar nicht. Ii, ba. Ich hab strulat. Okay, ich muss pinkeln. Oh, mein Gott. Das ist ein Spanner. Am Urinal immer eins freilassen. Ist es so? Ach, ist das so eine Regelung? Echt jetzt? Ach so, das wusste ich nicht. Ich lerne nie aus. Lasst ihr Männer immer eins frei? Ja? Echt? Der Albtraum. Oh, mein Gott. Äh. Oh, yeah. Heißt das jetzt, ich muss nur die Schöne retten? Also, möchten sie mir das sagen? Äh. Jetzt bin ich ja auch drin? Was? Hä? Wie konnte denn das jetzt passieren? Eine Ewigkeit später. Hey, das ist gar nicht so easy. Ja, es war nur ein Traum. Wie soll man denn da drauf kommen, Mann? Das perfekte Selfie. Oh, Mann. Könnt ihr bitte schnell weg? Könnt ihr bitte schnell weg? Könnt ihr bitte schnell weg? Weg, 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 weg. Und jetzt. Verdammt. Oh, nein. Verpisst euch doch. Sie hat gleich keine Geduld mehr. Ich sehe es schon. Jetzt. Oh, no. Oh, no. Hey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oh, Mann. Wie lange soll ich denn noch warten? Ich kann nicht auf die Menschen drücken. Auf die dumme Fliege kann ich auch nicht drücken. Ja, wir haben eins. Yes. Yes, Mann. Wuhu. Ohne Klopapier. Ach, du Scheiße. Muss ich jetzt mal... Popo. Ohne Klopapier? Ach, ich bin gerade... Oh, nein. Da klopft jemand. Wie unangenehm. Oh, Scheiße. Oh, nein. Ich hab... Ich hab... Mein... Mit meinem... Mit meiner Uniform. Hintern. Kein Klopapier. Kann ich auch das nehmen? Für mein... Popo. Oh mein Gott. Ich hab in meinen Noten mein... Hintern. Ich... Ich brauch Klopapier. Oh, Süße, gib mir. Oh. Yes. Yeah. Wir haben halt gleich mit allem unseren... Hintern. Statt einfach sowas zu machen. Auf dem Klo. Oh nein, ich muss pinkeln. Äh. Hier? Ihh. Ekelhaft. Oh, ich hab mir in die Hose geschissen. Ach. Ihh. Es gibt echt Menschen, die kacken so auf den Öffentlichen. Hahaha. Äh. Hier ran. Ich will nochmal... Ich will... Oh. Ach, du Scheiße. Nein, das war sein Klo, ne? Oh no. Oh nein. Ich hab's falsch verstanden, oder? Oh, oh. Oh mein Gott. Das überschreitet deutliche Grenzen. Ach, der von vorhin. Wie witzig. Yes, man. Oh yeah. Oh. Lass rocken. Oh. Okay, der macht laut Musik. Das nervt. Okay. Das heißt, ihr die Ohrstöpsel... Ich wollt ihr mit die Ohrstöpsel aufsetzen. Äh, einen kann ich ihr geben. So, jetzt. Yeah, that's it. Now we're talking. Yeah. Okay, es reicht jetzt, Leute. Das war's mit dem Video. Ich glaube, ich bin ein richtiger Mann. Ich weiß, was Männer alles durchmachen müssen. Es tut uns leid, dass wir Frauen so ätzend in diesem Spiel dargestellt werden. Aber ich glaub, das stimmt tatsächlich. Nein, Spaß. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Empfehlt mir weitere anstrengende, gestörte, lustige und verrückte Games. Wie fandet ihr's? Und Sonstiges. Fragt mir, wie's Wetter ist und wie's euch geht und wie ihr euch fühlt. Und jetzt geht's!